Musik 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 Boah Ähm Wahrscheinlich auch die Kajak Herren Mach's auf Steffi Nürgen Nürgen Ja, ich glaube Kretsche Ich glaube, den kann ich mir zuspielen Hm Hm, was bedeutet das? Kostja Hm Nee Weiß ich nicht Ja, Steffi ist eine Kandidatin, die zu Hause fehlt Ja Anzumerken hat, sag ich es mal Und so aus der Vergangenheit war Kostja auch oft mit vorne dabei Mich selbst Nee, ich kenn nur von den Kajaks, äh, Tom Wieser Aber nicht böse gemeint Felix König Weiß ich auch nicht Ah Auch Rennschmidt Kostja Jan Franzi Alle Kretsche Basti Ja Tom ist ja Aber Tom ist ja mit dem Abstand der, der am meisten nörgelt Also ich würde sagen, Tom auf Platz 1, ich bin Platz 2, ich bin schon mit 3 und 4 Ja, da bin ich auch mit ganz weit vorne dabei Ja 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 Er kommt immer zu spät Ich glaube, das fällt mir jemand Nee, weiß ich nicht Ja 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 Ja